hallo und herzlich willkommen zum forest let's play ein ganz ganz neues let's play ein ganz neues projekt auf meinem kack kanal ich fange schon mal an weil der ladebildschirm letztes mal wie ewig gedauert hat und hallo jetzt dauert er nicht so ewig ja keine ahnung die meisten von euch kennt es schon was ist vor tommy survival erst mal einstecken das sind schöne bilder kleiner tommy es sind nur turbulenzen tommy tommy turbulenzen tommy es sind turbulenzen tommy halte dich fest tommy tommy oh lol sein kopf ist gerade alter sein kopf sein kopf bester vater aller zeiten bester vater aller zeiten what the fuck nein lord warum ist der chip so voll mit blut hey tommy warum ist mein oberarm so sauber und mein unterarm so blutig oh mein gott was ist hier nur geschehen meine unterarme wo ist tommy mein arm mein linke arm tut so weh was ist das also da medikamente die meiste von euch kenne das spiel spiel wahrscheinlich schon aus diversen anderen let's plays oder vielleicht habt ihr schon selber gespielt ähm was was stand da gerade passenger oh passenger manifest blank t tommy blank und wir sind i.blank blank bester nachname äh ist halt echt bester nachname gut wie mach ich das jetzt weg hallo mach das mal weg hallo äh ich möchte press q to communicate in multiplayer zu nehmen hallo oma 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 was ist das man warum was ist das für ein zeichen da unten so ein auge na ist mir egal na egal wir laufen jetzt mit dem teil hier rum ach guck mal das hat sogar so ein kleines leselicht ne ich hab glaub ich ne ich hab keinen hunger ähm warte mal hier war doch irgendwo eine axt oder 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 irre ich mich da axt axt hä 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 haben wir ah das haben wir ja schon na also hey oma Allahu akbar schade so was ist das hier oh gott irgendwie ich glaub das hat ein motion blur an motion blur ist scheiße ich mag motion blur nicht ach zwei auf einmal das ist dann nur ich das schaffst du selber zuhause nicht wenn du das spielst 6 clove alter die maus ist zu empfindlich oder warum sag ich die ganze zeit alter weiß es nicht es ist mir auch egal einsam alleine wo sind die ganzen anderen passagiere oh durch 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 aus siebiasse anlich geil geil ne ne ich dachte jetzt leicht irritierend muss ich schon sagen dass man alles so vor sich hin schieben kann ist zwar realistisch und geil aber unerwartet new item discovered yes what the fuck warum ist er warum what the fuck man warum hat er grad nen kopf in der hand was macht er damit besser besser gesagt oder besser gefragt ja diese umgebungsgeräusche sind sick ach man kann es halt echt gewollt machen gell geil rock socks cloth rock 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 hier sind häuser ich kenne das ja schon ein bisschen so eine theorie aber ah eh ich habe ja dieses let's play jetzt angefangen eigentlich wollte ich dieses spiel mehr stream statt zu let's play aber ich habe halt ich habe halt in den ähm letzten wochen und monaten gemerkt dass ich halt einfach so ein spiel wie ich weiß nicht wie also ich kann es jetzt nicht wirklich vergleichen weiß auch nicht warum ich es vergleichen wollte ähm einfach so ein spiel hab das wo ich dann halt einfach reden kann scheiße ladern kann und über alles reden kann was mich so ein bisschen ja beschäftigt oder worüber ich halt reden will und das habe ich bei hörte hörte okay okay rote bären nicht essen merkt euch oh wieder ein kopf oh alter das habe ich in äh dreamfall chapters gemacht obwohl es da gar nicht reingepasst hat ich habe einfach random geredet und so ich fand es halt mega cool es hat mir übel spaß gemacht aber irgendwann wurde das spiel halt übelst beschissen also es wurde nicht beschissen sondern ich habe gemerkt dass ich keinen bock auf das spiel habe aber ich hatte noch bock das zu also zu reden und auf die art aufzunehmen und sowas und deswegen dachte ich so hey welches spiel spielst du jetzt was machst du ähm weiß ich nicht was ist das denn ich mache diese teile einfach mal kaputt hier sind zu viele davon das ist mein gebiet wir bauen uns einfach hier unser haus auf ich meine ist ja schon alles ready weißt du schön fresh blood ich weiß gar nicht jetzt was ich erzählt habe ähm ja und ich wollte irgendwie so ein spiel finden ach so genau und dann habe ich mir die ganze zeit so gedacht ja was spielst du jetzt was spielst du jetzt spielst du minecraft das spielt eh jeder kleine spaß weil es ist ich brauche halt so ein spiel wo ich mich nicht unbedingt dauerhaft konzentrieren muss und wo ich nicht die ganze zeit so ja fokussiert bin aufs spiel weißt was so ein bisschen freedom gibt nice so wo du halt auch ein bisschen einfach chillen kannst und stehen bleiben kannst und dann irgendwie reden kannst oder so das geht halt echt immer noch ok ähm b was ja das ist halt echt geil geworden das spiel muss ich schon sagen ich habe das also das erste mal dass ich das spiel ähm aber ich habe ja let's play ist das schon gesehen unter anderem bei beim gronk und bei sarazar und sowas weiß ich bei wem noch irgendwelchen anderen kleinen youtuber deren name ich nicht jetzt weiß hallo ach so ach so ich dachte es hat mehrere seiten es hat auch mehrere seiten hä und wie wechsle ich dann die seite hallo was ist das denn lol cool no ähm b ok wollen erstmal eine wand eine wand shelter shelter ähm sowas wollen einfach das hier was ist das denn man hierher hier rein wo ist der eingang wo ist der eingang hä es hat keinen eingang ne oder warte wir suchen uns den perfekten ort such zum bauen ich weiß nicht halt hier ist schon gut hier sind halt ziemlich viele ähm koffer und sowas und die koffer sind ja schon wichtig finde ich finde ich die insel ist halt riesig kann man irgendwie eine map benutzen oder Marker warte ok ähm hä ein Hase hä habe ich jetzt getroffen was ist das denn oh ne ok man kann steine werfen cool also gezielt ich dachte man kann die nur random werfen vielleicht haben die es neu eingebaut kann auch sein äh war so ok ja und genau deswegen spiele ich dieses spiel weil man halt hier ein bisschen freedom hat weil man hier machen kann was man will theoretisch und ähm weil das spiel geil ist sieht auch geil aus ok wie trinke ich das jetzt wie trinke ich das jetzt wie trinke ich das jetzt ah hä ich bin doch gar nicht lustig what the fuck hä das ist doch sauber bin ich behindert seh ich das irgendwie nicht oder was hä 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 wenn das Wasser dreckig ist dann weiß ich auch nicht äh durch achso man könnte ja noch Rüstungen machen wo ist das where oh lol wie laut also die brauchen wir eh nicht was mache ich denn gut ähm ja versuchen wir uns jetzt einfach mal einen kleinen Ort zum bauen hier ist halt auch das Gute ist dass man hier kreativ sein kann ok gut da ist schon so ein kleines Dorf wieder ich weiß gar nicht ob diese eingeborenen also wann die spawnen ob es da einen bestimmten Zeitpunkt gibt geil das Boot hier ist wieder Koffer hier ist jemand gestorben was ist das June 82 ok ich weiß gar nicht welches Jahr wir haben äh hey die haben kein Ragdoll Prinzip mehr lol hab ich das grad gemacht ne also hä doch what the fuck was hä 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 wie cool ist das denn ey nice kann man die Flosse irgendwie ne kann man nicht cool egal alter sick was macht man damit das ist die Frage sowas bringt den oh Schildkröten ist der jetzt tot? ne jetzt ist er tot alter what what lol der hat so einen offenen Mund ich weiß schon dass der Typ damit macht bin mir ziemlich sicher der hat da ja Nutzen dafür weil ich meine der ist ja alleine weißt du das ist doch ein bisschen verständlich mach ich auch immer suche mir dann tote Tiere und dann benutze ich den Kopf warum eigentlich den Kopf warum nicht einfach das andere wobei ist vielleicht zu klein passt da wahrscheinlich oder da ist Kack was ist das jetzt wieder warum kommt da immer so eine Musik Top Brands of 1984 Rudders Missing Zachary alter das hat bestimmt Connection zu das hat eine Story bekommen nice ist wieder ein Kopf ne ii wie hieß der nochmal wie hat Gronk den genannt what the fuck was ist das denn boi uah okay hallo danke danke mein Freund ähm Kann ich das alles einfach mitnehmen? Air-Canister, what the fuck? Kann man schlafen? Cool, und hier kann man speichern. Direkt speichern. Gut. Ich dachte, das stürzt sich ab. Ich hatte so die leichte Befürchtung. Weiß nicht warum. Vielleicht weil es halt noch eine Alpha ist. Kann halt echt sein. Gut. Da ist dieser fette Baum. Ich weiß gar nicht, was für eine Hütte wir bauen sollen. Es muss halt an so einem markanten Ort sein, den man von überall aus findet. Vielleicht auf so einem Berg oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. So ein fette Berg. Da gab es doch mal so eine zweite Insel. Ob die wohl freigeschaltet ist? I don't know. Ah, ich sollte noch Dinger machen. Fuck, ich sollte den Timer starten. Habe ich nicht gemacht, gell? Fäge. Gut, also ich würde sagen, der Baum ist ein bisschen zu riskant. Vielleicht so... Kann man die auch? Ja, man kann, gell? Okay, egal. Geil. Geil. Bisschen... Unrealistisch. Hey du. Hey du, verpiss dich. Gib mir einen Stein, gib mir einen Stein. Ich muss einen werfen. Nicht den. So einen kleinen zum Werfen. Wee. Wee. Geh weg. Ich bin... Okay. Wee, du kommst wieder. Ich werde dich finden. Ich werde dich... Fressen. Aber man kann die halt echt essen. Oh, das ist dann... Dann bleibe ich dabei. Hab das nicht nur gesagt, um cool zu sein. Sondern ein fetter Anker. Geil. Aber warum ist hier so ein fetter Anker ohne Schiff? Was ist das? Oh. Ein Zelt. Jetzt kommt wieder... Dähähähähähäh. Dähähähäh. Oder? Ne. Kommt nicht. Hä? Hier ist doch bestimmt irgendwas. Äh. Ich sag echt gar nichts. Biss. Can't carry any more Biss. Bips. Hm. Ja, wir laufen einfach mal am Strand lang. So eine kleine Hütte am Strand wäre doch ganz... Aber wir wollen eigentlich keine Hütte. Wir wollen ja so eine komplette Basis bauen. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Hallo? Was? Hm? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Alde. Immer mit du und deinem Alde, Alter. Geht's? Ich kann damit nicht aufhören, man. Ich muss mich abgewöhnen. Er stört mich halt schon selber. Was ist das denn? Ah. 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 Es wird regnen. Oh, oh. Ah, das ist so eine kleine Plattform zum Sichersein in der Nacht. Oh, shit, man. Oh, shit. Wir müssen uns so einen Hunting Shelter wahrscheinlich bauen. Was war das? Ich glaube, es sind unsere eigenen Schritte. Okay, wie schnell der Boden noch nass ist. Schon sick. Man kann halt echt nicht gedrückt halten. What? So, und jetzt von hier. Und der letzte Schlag von hier dann. Oh, oh. Jetzt. Baum fällt. Wie viele Baumstellen braucht denn so eine Hunting Shelter? So. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich bin jetzt schon ein wenig glücklich, dass ich dieses Spiel spielen darf. Das ist halt schon mega geil. Irgendwann haben wir dann so eine richtig fette Base. Das ist halt echt die Richtung. Das Geräusch ist ein bisschen behindert, aber ansonsten. Da gibt es bestimmt eine Taktik, wenn man es in die Richtung fallen lassen kann, die man auch will. So. Tree Sap Collection. Kann man auch Vögel killen? Ja, gell? Warte. Warte. Hä? Hä? Oh, wie habe ich das gerade gemacht? Diesen Doppelschlag? Ne, egal. Buch, danke. Es wird schon langsam Nacht, wenn man ein Hunting Shelter. Am besten... Warte. Irgendwo in die Nähe von dem Teil da. Einfach bei dem Baumstamm. Und daneben dann so ein Lagerfeuer am besten. Weißt du, falls die kommen, dass wir einfach kurz darüber rennen. E. Get the rocks. Ähm. So. Wollen ein Rock. Hä? Geil. 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 Ja, da haben wir schon einen Fuck. Gut. Ich frage mich, ob man so eine Fackel haben kann. Das wäre geil. Gather logs 7. 7 ist halt schon mega viel. 7 ist halt schon mega viel. Mit einem Baum kannst du mehr als nur das machen. So, 5 Stück noch. Also noch mehr von den kleinen Mongos. Gut. Stöcke brauchen wir auch. Hä? Ich sehe nichts. Hä? Oh. Ah. Ich sehe nichts. Wo ist der? Wo ist die? Hilfe. Hilfe. Hä? Da. Alter, ich sehe dich nicht, Mann. Komm, komm ins Offene. Du bist ja getarnt. Ich mag das nicht. So, jetzt. Hä? Was? Kleiner Lappen. Habe ich noch einer? Help. Help. Hat die mich getroffen? Hat die gerade eine Rolle seitwärts gemacht? What the fuck? Als ob. Ja, komm her, Mann. Komm. Die machen die auf Dodgen. Das ist hart, Alter. Alter, wie Dodgen die denn? Jetzt. Du Lappen. Ah, man kann auch gedrückt halten. Alter, jetzt sterb doch mal endlich, Mann. Help. Help me. Help me. Warte, was haben... Die haben richtig zicke Stimmen. Ah, diese Räusche. Komm, Musti. Kleider hoch. Kleider da hoch. Huch. 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 Halt dein Maul. Ah. Ah. Ähm. Ähm. Was, was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht. Äh. Batteries. Ah, gibt's auch Licht, oder was? Gibt's eine Taschenlampe? Da ist das Kind, äh, das Bild von dem Kind. Das gibt's doch nicht mal. Ah, seid ihr immer noch da? Wir Lappen. Puh, verdammt. Was ist das denn? Geld? Ach so, das hat echt Geld. So. Da ist einer, da ist der andere. Sind das jetzt drei? Nee, gell? Na ja, komm, ich kämpfe jetzt gegen die. Nice. Ah, ist das ein T-Shirt, oder ist das ein Arm? Komm, wir. Kommt. Ah. 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 Du Lappen. Hä? Hä? Was, was hast du gesagt? Willst du so enden wie dein fucking Freund? Kleines Stück Dreck. 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 Ah. Ah. Jetzt kommt mit. Ihr seid jetzt meine neuen Gefährten. Ich nenne dich Wichser und deine Freundin nenne ich Arschgeburt. So. Boah. Unser erster Fight. So, der richtige Fight. Gegen zwei direkt. So, ihr seid jetzt mein Essen. Heute Abend gibt es Menschenfleisch. Aber nicht bei euch, sondern bei mir. Leute. Oh. Okay. Ich höre lieber auf. Ähm. Baum, 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 baum. Baum, 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 baum. Baum, 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 baum. Baum, baum. Oh nö, ich hör die ja schon wieder. Schon wieder. Wieder zwei. Alter, komm doch mal alleine, Mann. Hör, hast du keine Eier, Mann. Komm, one on one. Alter, wo, wo? Wo? Hey, ich wollte nicht. Warte, warte, lass mich respawnen. Äh, regenerieren. Lass mich doch... Was zur Hölle? Äh, äh. Hä? Lol. Ihr Fehl. Hä, geh doch hoch, Mann. Bist du eigentlich komplett... Der kann nicht. Der kann da nicht hoch. Hallo? Äh, äh. Äh, äh. So, jetzt warten wir kurz. Jetzt warten wir kurz. Hey, du. Hey. Hey, Karo, Mann. Komm her. Komm doch her, mein Kleiner. Hä? Wo seid ihr? Predicted. Was? Was? Alter, wie laut ist die denn? Nee. What the fuck, Mann? I'm dying. Alter, nee. Was? Was machst du denn? Hä? Will der mich eigentlich komplett... Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann halt echt nicht zuschlagen. Warum? Hä? Ja, ja, jetzt geht's. Ja, ja, kill die nicht. Nee, was? Warum auch? Hä? Töten? Nee, wir brauchen kein weiteres Essen. Boah, Mann. Sind die jetzt abgehauen? Äh. Hä? Feder, Feder. Boah, verdammt. Echt. Fresh generic meat. Edible... Raw... Raw... Edible... Raw... Lizard. Raw River. So. Willst du die nächsten Baumstämme holen? Boah, Mann, oh Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich will doch nur... Ich will doch nur bauen. Ich will nur bauen, Mann. Ich will nur bauen, Mann. Ich will nur bauen, so ich kann hier leben. With you. With you, my friends. With you. Because I love you. I love you. I need you. Oh, Gott. Das kann nicht dein Ernst sein. Bist du eigentlich Dreck? Bist du Dreck, oder was? 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 Ich hab dich nicht gehört. Ich hab... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ach so. Du hast gesagt, dass du eine Missgeburt bist. Ja, das... Deshalb stimme ich dir zu, mein Freund. Das ist doch echt, ja. Kann ich so bestätigen. Kann ich so bestätigen. Komm gleich wieder. Hol dich gleich ab, okay? Bleib du liegen. Ich kümmere mich um deine Wunden. Ich werde sie ganz schön heile küssen. Ich werde dir so viel Fürsorge geben, wie du sie noch nie erlebt hast. Ich werde dich mit Liebe überschütten. Weil da fehlt immer noch eins. Verdammt. Boah, Alter. Da will man einmal was bauen. Und dann haben wir direkt schon Besuch. Weißt du, ich hab mein Haus noch nicht gebaut. Ich bin noch nicht ready für Besuch. Ich kann euch doch nicht so empfangen. Guck mal, ich bin fast... Bin voll blutig und so. Oh, nee. Dodge. Ciao. Dodge Challenger. Ah. Alter, bist du ein... Oh, shit. He dodged it. And he's dodging it again, again. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Shit. Mustafa. Mustafa. He's got the ball. Oh, he's doing it so well. And the last dodge will be his death. Ach so. Ich dachte, ich kann das unendlich lang gedrückt halten. Natürlich nicht. Boah. Nee. Nein, 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 nein. 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 Alter, bitte hör auf, man. Bitte. Ich muss was essen. Wahoo. Ich muss was essen. Was? Was ist jetzt los? Ich bin noch ein Netter. Ah, wir haben noch eins. Ich dachte, wir hatten keins mehr. Jetzt haben wir schon alles ver... Warte, warte, warte. Jetzt kommt. Was? Du besuchst mich. Was? Du besuchst mich. Ich hab euch allen... Wo bist du denn? Was? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört. Dreck. Kleines Stück Dreck. Du Elend. Du kleines Missgeburtenkind. Fire Pit. Eh. Lalalalalalalala. Lalalalalala. So, noch ein Stein. Da, da, ja. Zack. Schön Feuer machen. Ein kleines Fashion. Ja. Jetzt gibt's hier heute... Schön... Lass mal... Die Lizards. Huch. Unsere kleinen Freunde hier. Die nehmen wir natürlich mit. Droppen wir hier. Hä? Locken wir die jetzt Fliegen an? Ne. Geil. Ja, dann bauen wir uns schon mal... Hier, Drying Rack. Drying Dreck. Ja. Eh. Es braucht es 18. Oha. Boah, ich muss niesen. Oh, oh. Gut. Ich nehme das Niesen einfach mal als Zeichen, dass diese Folge zu Ende ist. Weil auch der neue Tag gerade anfängt. Und wir machen es ab jetzt immer so, dass wir einfach einen ganzen Tag spielen, ja? Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei The Forest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt dran und es wird geil und deine Mutter. Ciao.